Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Trouble in Meinville. Habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und wenn ihr mehr davon wollt, das sage ich jetzt gleich am Anfang der Folge, weil da mehr Leute zusehen, weil die immer abschalten nach 5 Minuten oder so. Wenn ihr mehr Trouble in Meinville wollt, dann müsst ihr mir das zeigen, indem ihr einen Kommentar schreibt oder einen Daumen hoch gebt. Äh, ja. Und jetzt hänge ich da fest. Es ist so klar. Ich hänge, ich hänge, ich hänge erst mal fest. Und es ist so klar, dass es jetzt gleich laggt. Also ich habe jetzt mehrere Runden gespielt. Mein Internet ist ziemlich gut. Also ich habe ein paar Mal getestet und manchmal sind es einfach nur Runden, wo es laggt, wo ich in der Tür stehe und dann kam der Todes-Green. Einfach ohne Grund. So. Ja. Guck mal, das hier meine ich zum Beispiel. So. Einfach so Kleinigkeiten, wo ich sage, nee, Mann, das muss jetzt nicht sein. Ich meine, Hive ist nicht voll besetzt oder sowas in der Art. So, gib mir die Kiste. Ja. Ja, hast du keine Kiste, Misty? Ach, du Armer. Oh, Mann. Hey, ohne Witz. Wenn ich jetzt schon solche Stalker habe, dann gehe ich lieber nach da vorne. Die gehen wir nämlich jetzt schon auf den Piss. Oh. So. Ich bin innocent. Ich gehe jetzt in den Tester. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet mich nicht kriegen. Ich gehe jetzt in den Tester. Und alles ist korrekt, so. Yo. Guck hier. Kor, du bist der... Guck mich an. Ich bin... Ich war drin. Hallo. Du hast nicht geguckt. Du bist ein Idiot. Wetten, jetzt kommt gleich... Was ist das? Test? Guck dir denn an? Du schlägst mich mit einem Stock? Schlag dich mit gleich was anderem. Hey, sorry. Tut mir leid. Kann ich ja nichts dafür, dass du gelb bist. Guck. Guck hier hin. Guck. Lieber Detective. Ich bin im Tester. Hier. Hallo. Haha. So. So. Oh, diese Nacktskins. Die pissen mich ernsthaft an, gell. So. Gut. Und wer schlägt hier? So. Ah, da drin ist 100 Boden Traitor. Guck dir den schon mal an. Der schlägt einfach. Vor allem schreibt der Exorzist. Falls Exorzist. Ich würde mal sagen, dass du Traitor bist. Nee. Ha. Guck mal, wie er sich schon zurückzieht. Traitor. Das ist eindeutig ein Traitor. Bam. Nein. Nein. Wappen. So. Ohne Witz. Mongo. Anstatt an mir vorbeizulaufen, zum Tester zu gehen. Nee. Nee. Ich bin innocent. Ich bin unschuldig. Ich verziehe mich in der Ecke, wo ich gekillt werden kann. Oh. Ich gehe. Nein. 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 Hippal. Wende. Sie reden mit mir. Ah. Naja. Naja. Naja Mama. Naja. Ach Gott. Ach Gott. Ohne Witz. Einfach mal das machen, was normale Leute tun. Also, wenn ich innocent bin, renne ich zuerst zum Tester. Ja. Wenn jemand meint, ich bin Traitor. Also, so wie ich jetzt gerade bei ihm dachte, ich laufe mal auf hinzu. Denke, hey, cool, du bist Traitor. Dann laufe ich doch an mir vorbei. Oder mache dieses Zeichen. Hier blocken. Und laufe dann vorbei. Und gehe zum Tester. Wäre er jetzt an mir vorbeigelaufen. Und, äh, wäre er weggelaufen vom Tester. 100 pro Traitor. So, du. Ah, ich sag's doch. Ich sag's doch. Hau ab. Ah. Was soll ich tun? Was willst du tun? Pah. Schon wie die Tussi angelaufen kam, war es mir klar, dass die Traitorin ist. Spiel mal einfach mal noch eine Runde. Was kommt? Cockworld Island. Na gut. Och, nee. Scheiße, ich sollte mir den Sir. Och, nee. Basti-Zock, 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 Basti-Zock. Hey, nein. Das nächste Mal hole ich mir so einen langen Namen, dass man den nicht schreiben kann. Ach, scheiße, es gibt die Tab-Funktion. Miest. Das hab ich gar nicht eingeplant. So. Oh, die beste Beleidigung, die ich je gehört hab. Basti, du Basti. Er ist so boss einfach. So, wenn der da lang geht und sich schon gefreut hat. Ja, ich gewinne das Lauf-Duell gegen Basti-Zock. Dann laufe ich nämlich hier lang, weil da gibt's nämlich auch genug Kisten. Du Trottel. Du kleiner, hässlicher Fisch. Ey, nee. Ey, nee. Ich will... Och, Mann. Diese Mongos. So, hier lang. Da hinten hab ich noch eine Kiste gesehen. Wenigstens ein Bogen oder ein Steinschwert noch. Ah, gut, das hab ich jetzt auf jeden Fall. Uuuuh. So. Hier war doch irgendeine Kiste. Ey, nee. Ey, nee, wo ist die jetzt hin? Da war... Bin ich dran vorbeigelaufen oder wurde die schon gelootet? Boah, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich nur ein Holzschwert. Verdammte Kake. Und jetzt bin ich Traitor. Und jetzt bin ich Traitor. Einfach mal. In der Runde, wo mich sehr viele Leute kennen. Drei Stück. Und in der Runde, wo ich nichts Gescheites hab. Okay, der ist auch Traitor. So. Hello. Leo. Wir sind Bros, gell? Yo. Wir verstehen uns, Mann. Okay, da oben ist einer. Ich geh jetzt mal da hoch. Also, ich versuch mal da hoch zu kommen. Ich war da noch nie oben. Wer schießt da auf mich? Hallo. Ey, wie behindert... Ja, guck's dir an. Nee, Verbindung trennen. Dem gönne ich... Ja, gut. Er hat jetzt den Kill, aber... Ich versteh's einfach nicht. Einfach so auf mich draufgehen. Das ist einfach scheiße. Äh... Ja, gut. Ähm... Ich werde keinen Trouble in mein Will mehr bringen, wenn man so nicht richtig spielen kann. Äh... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Ähm...